ja aber man kann schon seine zeit hier ziemlich verschwenden das muss man sagen also man kann sehr viel zeit hier investieren spielen das spiel auch schon ziemlich lange also wenn wir hier hoch gehen zum letzten kampf bitte the final battle is upon us when you are ready we will move the somniel itself to the portal once we face the fell dragon there may be no turning back are you ready of mine and equipped for what's ahead the somniel is ascending we should reach sombron soon let's win this battle and then return home together yes of course mars what's happening to you i can't hide this any longer can i hide what there's something i should tell you before we arrive the portal has destabilized our world i lack physical form as do the other emblems we may not be able to hold ourselves together i had no idea i wish i had realized but if the portal is doing this then it's only temporary right after we close it you and the other emblems will recover the moment the portal closes there will be a great distortion we will not be able to withstand it what are you saying when the battle is done and the portal closed all emblems aside from you will cease to be you mean if we defeat sombron if we close the portal we'll lose you and the other emblems yes we've been together this whole time and now you're just going to disappear please marth i don't want to lose you and the others we need you leaving the portal open would doom this world would you prefer that no but we emblems came into existence in order to aid this realm we would do anything to protect the people of elios even if it means our end so our promise to rebuild elios together our plan to see the world none of that is possible i'm so sorry there's no need to apologize i've asked so much of you too much but when i thought about a future with you by my side i felt truly happy there is a promise i can still keep in lithos the day you awoke what did i say when you summoned me your ally until the very end i remember i will never break that promise until this war's end until my own i will stay by your side you're so kind marth you've always been so kind you are too that's why we've made it this far more than your strength it's your care for others that has brought us all here thank you now prepare yourself we'll arrive at the portal soon i'm ready so this is the portal to other worlds it's beautiful but very cold you two here sombron papa i did not expect you to survive let alone reach me here we've come to stop you from destroying elios i am done with your worthless world return to it and shut the portal live in peace there you stay in your world i now leave for other ones that should satisfy us both you're going to return and attack elios again we'll never believe you wouldn't and you've caused too much suffering too much loss to run free we will defeat you right now and prevent you from invading any other worlds invading other worlds you think my desire is so simple am i wrong invasion is merely a means to an end what i seek is a reunion reunion a reunion with zero emblem zero emblem i've not heard word of this before of course not that emblem is not of your world nor am i what do you mean beyond this portal lie infinite worlds one of them was my home it had its own emblem rings and a war arose to control them my kind lost the enemy used the ring's power to slaughter my relatives all of them i was very young our enemies granted me alone the mercy of exile you mean they sent you to elios a peaceful world ruled by god like dragons i was meant to live a quiet life there but i brought something with me unknown to them a single emblem ring zero emblem in my world known as the emblem of foundations with my power unable to speak legend said this emblem fought without aid so much ambition and no allies that story showed me the way forward in my complete isolation i was trapped in this world without friends or family only that emblem gave me comfort whoever it was must have been mighty indeed an emblem should not be able to survive traveling from one world to another to stay in form in a new world even for moments i've never heard of such power now you want a reunion so that emblem is gone exactly and all because of villagers that found me a few years after i arrived they mistook me for an abandoned child they pitied me my first connection in your world soon after the emblem deserted me leaving only the ring behind and why for bonding with the people of this world i despaired and then i reduced their village to ash i swore to forgo all bonds in pursuit of my ambitions as my emblem had i fought alone confided in none preparing to return to my world to exact revenge i needed pawns for my plan and territory i spent years amassing it all then i attacked so the war a thousand years ago that's what it was about but papa you weren't alone in this world mama loved you deeply your believers your attendance my siblings sepia gris marni maviar my brother and me everything we did was for you as i said as i said pawns acting on my command and mine alone meant to be used and discarded death which mean nothing that's why you killed them all but what about us you wanted us to die you were no different to me how horrible you can't be right about your emblem you weren't left behind what a solitary warrior like that emblem would know how hard it is to be alone and would stay by your side sparing you that loneliness and exile until you weren't alone and had new people in your life until you were okay don't you think more than anyone a true friend like that wanted you to have those connections you know nothing nothing at all about my emblem that's true but if your emblem disappeared without a word then you don't either no one does all the more reason to be reunited i will scowl world after world sombron the emblem of foundations is no more you can search and search but there's no point you might meet the original hero but emblems are not the same beings we are not them you will never be reunited with your emblem ever again be silent i can only imagine how much resentment you feel but to sacrifice so many others to be so selfish you destroy the world kill your own children it's all just so wrong i said be silent you are speaking of things you do not understand if not for my emblem i would have died powerless small that emblem had the strength to stand alone unlike you huddled together whining like dogs such a warrior showed me the meaning of all existence fight alone take revenge you're wrong that's impossible no emblem wants to see a world destroyed we aid people through our bonds with the divine dragons we are a force for good we would never choose to let our power be exploited for evil enough of this nonsense i won't let you stop me or sway my intentions i have striven for this for thousands of years if you intend to stand in my way you will die this is it prepare for battle everyone that's all i want to say i want to say we're going to go Das war's für heute. Soch fatal hubris. Du wirst das bezahlen. Verzüßt, wie fratellen deine Bomben wirklich sind! Was ist passiert mit ihnen? Ich versuche den Portal zurück zu deinem Welt. Das ist das, was ich hätte getan haben, wenn du hierher gekommen bist. Ich schaffe, dass deine Emblem-Alias sind zu weh. Ich denke, sie werden in der Distortion zwischen Dimensionen für immer mehr. Das kann nicht... Das kann nicht beendet werden. Wenn wir uns partieren, erinnern wir alles, was wir gemacht haben. Marth! Die Embleme sind... Ich wusste, dass ich ein paar Mal sagen würde, aber ich dachte, dass es Zeit ist. So viel für deine Worte. In einem Moment, der Portal wird geöffnet für gut. Geben Sie die Worte, denn ich werde keinen Schmerz auf deinem Welt geben. Obwohl Sie hier sterben, wie ich lebte. In Angst, weit weg von Hause. Wir können nie... gehen nach Hause? Ich bin bereit, um zu sterben. Brodia, meine Land. Ich wünsche dir, dass du aufhörst. Es scheint, dass Elucia... mich nie wirklich wahrnimmt. Entschuldigung, Mutter. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe kein Worte, um zu verlassen zu werden. Wenn ich fertig bin, nicht nur ein Schmerz von mir in deinem Welt bleibt, wie ich nie da war. Ich bin bereit. Ich werde dich aufhörst. Ist das so? Ich bin bereit. Wir sind nicht fertig. Die Portale ist offen. Ich kann das tun. Wenn ich es mein Leben geben kann, kann ich die Embleme zurück nach mir. Schau mal, wie weit wir sind. Du ihn auf meinem Seite kämpfst? Du sie in mir macht mir Kraft! Ja, Bruder. Ich bin mit dir. Verlust! Ich werde dich mit dir jeden Schritt nach dem Weg. Ich kann nicht summaten Emblemen. Und ich kann nicht in einen Dragen. Aber ich bin ein Dragen royaler, all das gleiche. Da muss ich etwas tun tun, um zu helfen. Ja! Wir werden alle da mit dir mit dir. Du hast so viel für alle und alle von uns gemacht. Also, diese Zeit, wir sind zurückgekommen. Du denkst, wir können einen Rückweg machen? Ja. Das ist das, was ich liebe von dir, Divine One. Keine Entfernung, jetzt. Seine Halt hoch. Wir glauben in dich und wir werden. Es ist der Moment der Wahrheit. Als einer von den 33ern Steuern des Dragen, ich muss mich helfen. Was, 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 in diesem Herz bleibt, ich gebe dir. Als deine Freundin, und meine Freundin, ich mache was, was es braucht, um dich zu helfen, Papa zu helfen. Du hast immer meine Kraft. Verlust meine Hoffnung. Ich habe das, was, 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 was du. Meine Vierungen, nicht ohne die Emblemen, Divine One. Bring sie zurück zu uns. Du bist unglaublich cool, Divine One. Und so ist alle hier. Da ist keine Chance, wir verlieren. Ich bin sorry, die anderen sind weggekommen. Wir wissen beide, meine信 in dich ist bereits genug. Du kannst das machen. Du kannst das machen. Seit dem Tag, du wachst, du wachst, ich immer wusste, dass du wachst. Oh, ja. Bring es weiter. Das ist es. Die finalen Kampf. Du kannst das machen. Du kannst das machen. Du kannst das machen, Divine One. Du kannst das machen, Divine One. Die Unterhörungen immer finden, wenn sie die größte brauchen. Ich glaube mir. Ein letzter Weg zum Erfolg. Du kannst die Emblemen zurück hier, damit wir das machen können. Imensos. Deine Kräuter ist sowohl fütig und schuldig. Bitte, meine Freunde. Ich brauche euch alle, eine letzte Mal. Once mehr, wir uns engagieren. Shine on. Emblem von Beginn. Mark. Care for us. Emblem von Echoes. Selika. Provide for us. Emblem von der Holy War. Sigurd. Free us. Emblem von Genealogy. Leap. Rise up. Emblem von Binding. Roy. Sweep across. Emblem of Blazing. Lynn. Restore calm. Emblem of the Sacred. Erika. Fight on. Emblem of Radiance. Ike. Heal us. Emblem of Dawn. Micaiah. Reignite us. Emblem of Awakening. Lucina. Bear your fangs. Emblem of Fates. Korin. Teach us. Emblem of the Academy. Violet. And of course, the final emblem. Connect us. Fire Emblem. What? We 13 emblems stand against you with our allies. The future may divide us once more, but here and now, we fight with one heart. This fight. This moment in time is all that matters. What nonsense. You are the flicker of an ember. A dying light. You're nothing. The deeper your bonds, the greater your pain when those bonds crumble to dust. Why invite that inevitable pain upon yourself? Why allow such weakness to exist? Give up and perish, foolish child of mine. Yes. You see me as a child. Foolish and weak. And maybe you're right. Maybe that's all I am. But I am not alone. And we're stronger when we stand together. The breaking of bonds can hurt. But when the bond is reforged, it comes back as strong as ever. Or stronger. And it brings an even greater hope. If people are willing to work for it, any bond can be brought back to life. And that's what I'll do. Every single time. For however long it takes. You won't leave this place. Because we're going to stop you. Get ready, Sombra. This ends now. Oh, da. Da hat man doch so richtig Bock drauf. Oh, Junge. Man, wie geil das war als Eile 13 Able nebeneinander stand. Boah, das war ja auch nochmal episch. So, da haben wir den guten Sombra. Sombra hat drei Leben insgesamt. Leider. So, da haben wir noch ganz viele Verzerrte, die natürlich ihre stärksten Waffen auf uns richten. Man kennt's ja nicht anders. So, ich geh mal stark von aus, weil das sind natürlich viel zu wenige Einheiten, dass wahrscheinlich tausend weitere zu uns stürmen werden, um uns richtig schön zu nerven. Aber jetzt sieht's auch einfach, wie wenig wir Damage machen. Und vor allem, wir ziehen einfach nur 70, ne? So, Silberaxt. Oh, immer eine Stahlaxt. So, Silberaxt. Oh, immer eine Stahlaxt. So, dann gucken wir mal, was die erste Zug bringt. 80 Prozent. Jetzt hauen die aber 100 Prozent raus hier, ne? Na, das Spiel kommt gar nicht mehr hinterher. Geiße. Der Pogado stirbt. Bruder, der stimmt echt wirklich. Oh, Junge. Wow. Ja, darf ich natürlich nicht machen. Sorry. Warte mal. Sorry. Muss ich zurück machen. Muss ich zurück machen. Muss ich zurück machen. Braucht Fogado. Das bedeutet, wir kriegen von Anfang an wieder an. Hinsengen. Dann weiß ich wieder mal danach halten. Off Leger. Tra. Ô, äh. Bereiten wir einfach mal alle unsere Einheiten voll, machen wir das lieber so, weil die Gegner haben noch mehr Prozente, das ist zu viel. So, dann können wir uns doch mal um die, dann machen wir das doch. Freut mich, dass wir erstmal richtig schön viele Crids rausballern ey, erstmal schön zeigen, wer hier die dicken Eier hat. Und das sage ich gerade und er kommt ja mit 8% Crit ey, perpiss dich, kannst du vergessen. Nix da, hier werden hier keine Crids gegeben, Alter, solange ich Cheat Mode Zeitkristall benutzen kann, gibt's nicht, hier wird keiner weggecrittet, ich critte euch weg. Und das ist das einzige, was hier passieren wird. Ja, das hört sich jetzt unfair an, ich weiß. Aber hey, wir haben das, bitte, dafür hat mein Gegner 100% Treffer auf so ziemlich allem. Dann muss ich doch mit sowas auch kommen, ja. Hm, interessant, nur 21 machen wir. Na gut. Ich meine, das ist schön, dass wir jetzt unsere ganzen Crids rausballern, ne. Ohne Witz, das fühlt sich unheimlich geil an. Ja gut, aber wenn wir so spielen müssen, dass wir immer so ein bisschen nur herantasten, dann ist das halt so. Na gut. Wir haben ja noch genug Einheiten zum Angreifen. Schön auf Entfernung. So. Okay, ist jetzt nur noch leer. Ja. Jo, als ob der auch... Oh, Junge. Klar, Sombra kommt direkt angelaufen. Jo, instant tot. Äh, tut mir leid, Sapphire, aber danke, dass du 15 Damage machst. Damit habe ich nicht gerechnet, sorry, dass du mir zweimal 25 reinballert, ey. Gut. Ah, fuck. Ich meine, klar, wir sollten eigentlich gegen Sombra kämpfen, aber ich kill erstmal alle anderen, weil dann haben wir hoffentlich Ruhe. Aber ich kenne mein Glück. Dass das nicht passieren wird. So. Na gut, das reicht nicht aus. Also wir kriegen so oder so den Damage. Nice. Lapis kommt auch noch auf ihre Level 20. So. 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 Ich konnte nicht meine Emblem zurückbringen, aber ich habe andere mit gleichem Kraft. Die dunkle Embleme, die einmal ihre Welt verletzt haben, die dunkle Embleme. Die dunkle Embleme? Ich wusste es. Ja, diese sind die Fohen, die wir in unserer originalen Formen kämpfen. Vielleicht sollten wir jedes Emblem mit ihrem eigenen Enem. Aber ich kann nicht verstehen, wer wer ist. Wir sollten näher gehen. Mit Kassion. Ja, was ich schon mal super finde. Der Typ ist direkt da. Ja, wahrscheinlich 100 Leben. 100 KP, 3 Leben. Insgesamt 4 Mal muss ich ihn töten. What? Oh, geil. Geil, 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 geil. Super. Alle, alle herum verteilt. Oh, Junge. Verzerrter und Schattendrache. Aha. Okay, das sind wohl dann scheißegal die Gegner, ja. Sind nur die interessant, dann. Verzerrter und Kriegsvater. Keine Ahnung. Dunkler Bischof? Ei, ei, ei. Kann gefühlt jeder sein, so. Dunkler Gott. Ja, gut, das könnte, äh, keine Ahnung. Äh, Mann. Dann kennen wir die einfach so. Fertig. Ich mach mir doch. Ei, ei, ei. Naja, 70%, äh, 60% ist mir zu wenig. Vertraue ich wenigstens, dass die 80% helfen. Naja, gut, das hat 88%, das machen wir eher. Was mich, was mir aber nicht gefällt, ist halt Sombron. Ist der Abschaum. Okay, das heißt, wir müssen die einfach nur töten. Problem ist einfach nur, der hat einfach hohe Reichweite. Das gefällt mir nicht. Gut. Schatten, äh, Schattendrache, ja, super, Shadow Dragon, ja. Medoys müsste das dann wohl sein. Hätten sie aber cooler gemacht, so, dass man das sehen kann. Also finde ich jedenfalls. Na. Aber im Grunde ist es ja sowieso egal, wir können die besiegen. Naja, ich kenne natürlich die Dialoge nicht mehr von dem Spiel, so, ne. Kann sein, dass das ein guter Zusammenhang, äh, macht wird. So, warte mal. So. Wir greifen natürlich nicht Sombron an als erstes. Erst kommen erst alle anderen dran. Besteht sich von selbst, ne. Na gut, aber zwei haben wir ja schon mal getötet. Also, es ist eine coole Map. Was mir halt nicht gefällt, ist, ähm. Na, ich hoffe mal nicht, dass er trifft, ey. Ah, Glück gehabt. Verpiss dich, 33, 30 Prozent, alter. Darf daneben gehen, meine Freunde, darf daneben gehen. Das ist kein Freifahrtschein, das es zu treffen muss. Naja, gut, jetzt beenden wir es. Hätte ich vielleicht mit Lapis in D nicht angreifen sollen, sondern einfach mit, äh, Morpier und dann war's das. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Oh, nein, no praise. Trifft, der trifft, der trifft, der trifft einfach, boah, jung, äh, really. Na gut, wir haben Töter heute, ne. Wow, wirklich, 64 Prozent. Trifft nicht, aber 30 Prozent des Gegners 100 Prozent. Ist klar. Ich liebe diese Prozentzahlen, wirklich. Die sind, äh, die zeigen immer so an, wie fair es sein könnte. Ja, das kürtig aber. Ich finde es auch gut, dass Sunbrunner sich jetzt erst mal nicht dazu bewegt, äh, zu uns hin, wir ranzukommen. Das finde ich gut. Dass er nicht in einem Ultra-Super-Ausmaß, äh, ankommt und angreift. Ach, scheiße, der hat einen Sp... Och, Junge. Darf ich mal vorher bitte schön sehen, dass der Speer und so weiter angelegt hat, ey? Das müsste doch reichen, na. Ja! Don't mess with the Steward! So. Na gut, aber nur 89 Prozent, ne? Viel kaufen kann ich mir davon auch nicht. Gut, dann Donner! Toll, du hast die ganze Zeit nur Äxte, wo du auf jeden Fall einen Gegenschlag bekommst. Äh, dann natürlich, dass wir dich nicht erledigen können. Ach, Junge, äh... Waren das jetzt gerade 91 Prozent, die nicht getroffen haben? Wen willst du hier verarschen, Alter? Oh, Bruder, wenn ich... Boah, fackt mich das gerade ab, ey. Oh, ist das schlecht, ey. Jo, mein Gegner kann mit 30 Prozent treffen oder noch weniger. Easy! Und ich schaffe es noch nicht mal mit 92 Prozent. Wen willst du hier verarschen, ey? Ohne fucking Witz. Was ist das schlecht, ey? Manchmal hasse ich das Spiel da einfach für. Also 77 Prozent, ja, okay, scheiße, aber trifft, ne? Oder hier, 86 Prozent, ja, trifft. Äh, wen willst du hier verarschen mit 18 Prozent oder so? In was für ein Verhältnis darf das treffen? In gar keinem. Es trifft nicht unter das verkackte Ende. GG an mich und fertig. Ja, ist halt so. Oh, das... Ja, oh, 64 Prozent hat getroffen. Oh mein Gott. Bin happy. So, warte mal. Okay. So. Die gute alte Fraktur habe ich mal wieder. Das bringt mir auch so viel. Das bringt eigentlich, wenn wir da drauf gehen. Nichts. Das ist doch schon mal gut. Ja, ich lasse das jetzt auch an, ne? Dauert ein bisschen länger, aber ist halt so. Ich denke mal, den... Das hier... Ich weiß gar nicht, sowieso gar nicht, wie ich das... Ähm... Zusammen cutten werde, alles. Also geht mal davon aus, dass das auf jeden Fall... Quer durcheinander sein wird. Aber ich versuche, es so gut zu cutten wie möglich, ne? Oder kommt auch an, wie lange wir hier für diesen Party gebrauchen, äh... Brauchen. Ob ich den vielleicht komplett zeigen kann. Ja, oder vielleicht die zwei Formen dann. Nein. Ihr sollt nicht so nah nach Sombra gehen. Alter, 41 Prozent wieder, ey. So lächerlich, ey. Ja, weil der denn mittendrin ist. Warum? Ist doch scheiße, ey. Was wollt ihr denn mitten... Mitten bei mir hier, ey. Ist doch nur abfuck. Ist doch nur abfuck für mich. Ja, weil ich keinen Bock auf Sombra habe. Sombra hat unnormal stark, äh... Unnormal starken Angriff, gehe ich von aus. Das heißt, der wird mir so hart zerlegen, ey. Da kann ich nichts machen, leider. Das heißt, der wird mir so hart zerlegen, ey. Das heißt, der wird mir so hart zerlegen, ey. Das heißt, der wird mir so hart zerlegen, ey. Das heißt, der wird mir so hart zerlegen, ey. Das heißt, der wird mir so hart zerlegen, ey.